hallo zusammen ihr seid mal wieder bei der autotester.de eurem autotester des vertrauens heute haben wir euch was nahezu geheimes mitgebracht nichts was ihr kaufen könnt zumindest noch nicht im zweiten halbjahr 2023 soll es soweit sein schaut euch mal dieses mächtige teil an hier kia ev9 heißt das ding noch ist es ein konzeptfahrzeug so wird es am ende nicht 100 prozent aussehen aber viele details die hier an diesem konzeptfahrzeug sehen könnt werdet ihr natürlich am ende auch wieder im fertigen produkt sehen das auto ist natürlich von seinen maßen her könnt euch schon vorstellen wirklich gewaltig 4 meter 93 langen radstand von 3 meter 10 also richtig beeindruckend 1 meter 81 hoch 2 meter 5 breit gewaltige maße und das ganze kombiniert mit einem rein elektrischen antrieb die gleiche plattform wie der ev6 übrigens interessant natürlich auch die anmutung insgesamt man könnte sagen ein aufgeblasener kia soul man könnte aber auch anmutungen an einen reinschrauber finden es ist auf jeden fall eine mächtige erscheinung und schaut mal diese lichtgeschichten dieser loop denn man hier schalten kann ist natürlich ein bisschen eine spielerei aber man sieht schon wie die lichter in etwa die leds in etwa aussehen werden dann hier oben die tiger nose ist die typische kia front so ein bisschen fremd finde ich hier diesen grill in anführungszeichen da habe ich jetzt nicht unbedingt hier mit verbunden aber so ein bisschen was überraschendes muss ja auch sein dann da oben drauf eine solarfläche wo man eben bei entsprechendem sonnenlicht auch solare energie speichern und später nutzen kann auch das innovativ wie ich finde und wenn man dann übrigens aufs dach hoch schauen könnte ich weiß nicht ob du das zeigen kannst da gibt es eine dach railing die im dach eingefahren oder ins dach eingefahren werden kann auch das spannend und in der mitte wir zeigen euch das auch mal wie es von unten aussieht dann ein riesiges panoramadach ein riesiges dach das in abhängigkeit von der sonneneinstrahlung verdunkelt oder eben dann heller gemacht werden kann gewaltige rathäuser übrigens so ein bisschen eine kantige einfassung hochglanz schwarz hier 22 zöller also richtig mächtige räder und dann eben hier unten auch wieder kraftvolles design mit den hochglanz elementen unten aber alles massiv und kräftig erscheint und hier schaut mal keine klassischen spiegel sondern kamerasystem das zeigt was hinter dem auto ist und jetzt wollen wir euch natürlich auch mal ins auto gucken lassen schaut mal aber das nicht schön gemacht sesam öffne dich und da seht ihr hier drin jetzt natürlich hier wie viel raum hier angeboten wird aber eine illusion muss ich euch leider nehmen es wird dieses auto vermutlich nicht ohne b-säule geben sondern wir werden hier in der mitte vermutlich eine säule haben anders ist das konstruktiv kaum zu machen übrigens ich darf das auto nicht berühren das ist wirklich ein konzept car das vor allem für showzwecke da ist schaut man aber in diesen innenraum da könnte jetzt mal wenn du mal mit der kamera näher kommst auch mal nach oben gucken dieses riesige panoramadach freizeitorientierung übrigens ist das große stichwort unter dem dieses concept car entwickelt worden ist wie schon beim ev6 und jetzt auch beim neuen nero großes display vorne in der mitte recycling materialien sehr beeindruckend sieben sitze natürlich und hinten soll es am ende so sein dass man auch eben wie beim rolls-royce unter die heckklappe sitzen kann um sich bequem zu machen um die natur zu genießen und damit kommen wir auch schon zum heck und hier finden sich am heck dann auch die elemente die wir vorn unterhalb an diesem tiefen grill schon gesehen haben wieder also diese vertikalen stäbe dann der angedeutete unterfahrschutz hier in dieser matten chromfarbe und eben dann auch wieder diese diese c-artigen diese diese c-artigen rückleuchten übrigens wie man es beim kia soul auch gesehen hat dieser abschluss hier am heck dieser heck spoiler wenn man so möchte also eine wahrlich beeindruckende erscheinung wir wissen inzwischen auch schon ich habe ja auch gesagt da kommt in der zweiten jahreshälfte 2023 in europa auf den markt hätte ich nicht gedacht dass man so ein mächtiges auto hier in europa auf den markt bringt aber wir wissen einiges technisches inzwischen sogar schon für das auto es soll eine reichweite nach wltp von 540 km haben in sechs minuten soll man 100 für 100 km saft reinladen können und in fünf sekunden dieses mächtige teil was es wiegen wird weiß ich natürlich noch nicht aber in fünf sekunden soll aus dem stand tempo 100 erreicht werden kann über die preise kann man natürlich auch noch nichts sagen aber es ist keine zukunftsgeschichte das ist eine geschichte die in der art auf den markt kommen wird auch in europa und das finde ich eine spannende geschichte wir halten euch selbstverständlich auf dem laufenden ich denke wir haben euch damit wirklich was interessantes was ihr noch nicht gesehen habt gezeigt präsentiert ein auto das zwar ein konzept ist aber eben so oder in der art auch erscheinen wird und das ist immer wieder wie ich finde spannend kia scheint mutig zu sein so ein auto auf den markt zu bringen in der größe ich bin mal auf den preis gespannt ich bin gespannt wie sich es fährt das wird man alles sehen wie gesagt ich rechne damit anfang mitte kommenden jahres werden wir dieses auto in der finalen form dann sehen und es wird ja in der zweiten jahreshälfte auf den markt kommen ansonsten ich wünsche euch wie immer alles gute passt auf euch auf bleibt gesund euer friedbert und nicht vergessen hinterlasst euer like abonniert den kanal dann werdet ihr immer rechtzeitig informiert wenn es was neues auf dem automarkt gibt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020